Echt. So. Naja, wenn ihr merkt, mein Berliner Dialekt kommt durch, obwohl ich gar keinen hab, dann ist echt Ende. Ich geh jetzt einfach mal hier weiter. Oh oh. Oh Gott, der hilft mir. Ey, das ist der mit der brutalen Stimme. Oh, danke. Kümmere dich um ihn. Und kümmere dich um mich. Mein Leben geht gleich. Oh Mann. Mano. Erreichen Sie den Checkpoint. Das ist eine geile Mission. Oh. Ich werf da jetzt einfach mal Granaten. Ich bleib mal so ein bisschen auf Distanz jetzt. Ich hoffe mal, das war der wichtig. Jawohl. Vier Leben, ey. Das ist so eng. Zwei Leben. Noch enger. Mist. Die Spats planen einen Staatsstreich. Sie warten auf Calvin Wax' Befehle, um mit dem Angriff zu beginnen. Sie müssen ausgeschaltet werden. Viel Glück, Colonel. Ja. Ich habe alles gehört. Ich werde Colonel Amos informieren. Wax ist nur Weiß. Wir haben ihn. Hey. Ich bin der Beste und Wax ist Nummer 1. Wax ist Nummer 1. Wax ist Nummer 1. Ich habe es geschafft und Wax ist Nummer 1. Stoppen Sie Operation Total Red. Mit 25 Leben. Klar. Hoi. Hilfe. Und weint doch. Und die M60. Und Helm. Medipack. Alles drin. So. Kommt ja wie gerufen. Und jetzt sind die sowas von dran. 350 Schuss. Ich glaube aber jetzt kommt auch was. Irgendwas Böses. Hey. Ich habe es drauf gemacht. Komm. Dankeschön. Okay. Wenn ich das Signal gebe, werden Sie den Spatz Einheiten befehlen, die Kontrolle über alle Basen zu übernehmen. Ah, dann müssen wir hier runter anscheinend. Hieran kann ich mich echt gar nicht mehr erinnern, wenn ich ehrlich bin. Also. Ja. Super. Eigentlich. Jetzt bleibt mir noch ein bisschen Gemetzel übrig. Ah, denkst du, dass ich mit dir verhandle Nummer 1. Oder Nummer irgendwas, wenn das Nummer 1 ist. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich verhandle nicht. Ich töte nur. Ach, da oben gammelt der Romado, Ratterdu. Aber ein bisschen M60 sollte ich mir aufheben jetzt. Aber die kann ich noch gebrauchen. Aber hier müsste ich doch durch. Geht aber nicht. Dann muss ich da hoch vielleicht. Stimmt. Einfach nachgucken. Wird sich schon einen Weg finden. Habe ich eigentlich noch Medipacks? Oh, ich habe ein großes noch. Okay, dann hebe ich das ein bisschen auf. Für schlechte Zeiten. Hieran kann ich mich wirklich gar nicht mehr erinnern. Der ist die Nummer 1, ey. Weil das Wax ist. Oh mein Gott. Bringt der sich auch noch selber um? Ah, lecker. Ach, Nummer 2 war das. Das Wax war Nummer 2, aha. Das heißt, wir sind nicht mehr weit entfernt. Aber theoretisch hätten wir im Kloster schon alle umhauen müssen. Ach, braucht man einen Zugangscode? Na, klasse. Also ich muss jetzt Sheridan finden. Den Senator und Co-Präsidenten. Oh Gott. Wo habe ich den denn gestapelt? Möchte ich erst mal gucken. Ach ja, da ist er doch. Ah, Gott sei Dank hilft er uns. Und hopp. Kram. Denk bloß nach. Ich reiß dir sonst was aus. Brav. Wir sind an der Reihe. Okay, let's go. Unterbrechen Sie den Selbstzerstörungsprozess der Basis. Na gut. Die letzte Phase des Selbstzerstörungsprozesses wurde eingeleitet. Dann fahren wir mal eine nette Runde. Ich glaube aber den Enterhaken brauchen wir gleich. Ah, genau. Ist gut, dass ich mich daran, daran erinnere ich mich jetzt wieder. Aber eben wo Nummer 2 sich getötet hat, hatte ich wirklich keinen Plan. Aber ist ja auch jetzt egal. Hm. Da kommen wir nicht durch. Da aber. Wo er in will ist, ist ein Weg. Auch wenn er versteckt ist. Und der Scheiß geht auch noch in 79 Sekunden hoch, wie ihr links unten seht. Müssen wir einfach stoppen. Frage ist nur wie. Einfach hacken. Ja, ich hecke mit einem Zahnstocher an einem Bohrer. Nein. Oh Gott, ist das jetzt ein bisschen hektik. Oh oh. Muss ich das denn nicht kaputt machen? Scheiße. Das da muss ich zerstören, glaube ich. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Hier war ich doch. Scheiße. Nein. Soll ich den Mist denn da? Scheiße. Ich bin sowas von am Arsch. Ja, keine Ahnung, was ich machen muss. Ehrlich nicht. Ein Schlüssel. Die Tür ist verschlossen. Toll. Ich bin jetzt irgendwie. Achso. Ich kann das hier trotzdem kaputt machen. Das muss ich auch, glaube ich. In vier Sekunden geht alles hoch. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Einfach alles zerstören, zerstören. Es ist ihnen nicht gelungen, ihre Ziele zu erreichen. Scheiße. Scheiße. Wie kann man den Prozess denn unterbrechen? Das macht mich jetzt stutzig. Jetzt ohne Scheiß. Oder hat das vielleicht hiermit was zu tun? Naja, das nicht. Ja, toll. Auch verschlossen. Ich hasse verschlossene Türen in diesem Spiel. Gibt so viele davon. Ja, Glückwunsch für dich. Ich mach jetzt mal einen coolen Sprung. Sobald das angezeigt wird. Jawoll. Der war cool. Okay. Da kommen wir nicht durch. Egal, was wir machen. Deshalb hier lang. Hier ist auch eine Tür. Armory. Ah. Ja, haben wir voll. Ich weiß, das ist gerade der falsche Zeitpunkt, um mir Schutzwesten und alles so zu sammeln. Aber. Hier naht der Kampf mit Nummer 1. Und das will ich wirklich nicht aufs Spiel setzen. Aber auf jeden Fall müssen wir hier lang. Aber was wir machen müssen, das ist mir gerade ein Rätsel. Ehrlich gesagt. Da hoch kann es ja auch nicht sein. So, jetzt müssen wir hier irgendwas kaputt machen. Ja, das war nicht vorgesehen. Bla, 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 bla. Mach hin. So. Komm, komm, komm. Mach auf, mach auf, mach auf. Wir müssen das eigentlich kaputt machen. Achso, jetzt ist die Tür auf. Jetzt ist die Tür auf. Das ist cool. Hätten wir auch mal vorher sagen können, dass die Tür jetzt auf ist. Sehr schön. Wir machen es nicht wie die Bomben. Schärfer, ja, der grüne oder der rote Draht. Nö, einfach alles kaputt machen. Irgendwas wird schon passieren. Achso, jetzt kommen wir ja hier durch, weil wir das Tor aufgemacht haben. Okay. Habe ich eigentlich noch ein Medipack? Ein großes, okay. Checkpoint, dann speichere ich das Ganze auch mal. Und hier ist der Ausgang. Können wir ja auch... Hä? Ist das eine Leiter oder so? Achso, ja. Hm, hm, hm. Soweit ich weiß, kommt jetzt der große Endkampf. Das ist Nemesis, das ist Armageddon. Armageddon, die Apokalypse, alles. Die Nummer 1. Seien Sie gegrüßt, Nummer 13, oder vielleicht Jason Flyer. Es wird Zeit unserer Beziehung ein unwiderrufliches Ende zu erreichen. Mongoose ist Nummer 1. Okay, Mongoose. Kurz oder schmerzlos. Du bist die stärkste Nummer, die es hier gibt. Und dennoch bist du so berechenbar. Scheiße, das wird aber wirklich schwer gegen den. Scheiße. Okay, neuer Plan. Granate werfen und gucken, was passiert. Wow. Da sollte ich nicht drauf spazieren. Aber wenn man dem so schon so wenig Schaden macht, wie soll das dann gehen? Wo? Wo kam der her? Ne, der hat uns das. Ich muss das einfach nochmal von vorne machen. Komm, erschieß mich. Gut. Dann probieren wir das jetzt einfach nochmal mit ein bisschen mehr Technik. Bisschen strategischer. So. Jetzt die Leiter runter. Ich nehme mal so die Kurzfassung. Na, doch nicht die Kurzfassung. Ich nehme mal so die Kurzfassung. Oh Gott, was mache ich denn hier? Okay, ich nehme nicht die Kurzfassung. Denn wir haben gelernt, in Stresssituationen, es ist in diesem Spiel nicht gut, wenn man alles schnell über die Bühne bringen will. Wir haben volles Leben. Wir haben ein großes Midi-Pack, das uns komplett wieder heilt. Wir haben eine M60 und dennoch ist der Typ fast unmöglich. Okay, Mongos. Wenn Sie gegrüßt, Nummer 13, oder vielleicht Jason Fly? Es wird Zeit, unserer Beziehung ein unwiderrufliches Ende zu erreichen. Ja, komm her. Ich bleib jetzt einfach mal hier so ein bisschen stehen. Nein, nein! Scheiße! Was war ich denn? Dafür dürfte er mich offiziell steinigen, dass ich den Scheiß da gerade gemacht habe. Man muss halt auch ein bisschen auf seinen Weg achten, weil hier außen ist halt ein Rand und kann man runterfallen. Scheiß, egal. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt bin ich optimistisch. Das wird schon. Okay. Okay.